In diesem Video geht es um den waagerechten Wurf. Dazu sehen wir uns verschiedene Experimente an und leiten das Gesetz für die Bahnkurve des waagerechten Wurfes her. Außerdem habe ich wieder einige Übungsaufgaben eingefügt. Am Anfang zeige ich euch einen Wurfapparat für den Vergleich des waagerechten Wurfes mit dem freien Fall. Den freien Fall kennen wir ja schon aus dem letzten Video. In dem Gerät befindet sich eine Stange an der eine Feder befestigt ist. Die Feder ist im Inneren der Metallhülle. Die könnt ihr hier nicht sehen. Wenn ich die Stange nach links drücke wird die Feder gespannt und die Stange kommt links wieder aus der Metallhülle heraus. Mit der Schraube kann ich die Stange fixieren. Wenn ich die Schraube wieder löse bewegt sich die Stange in einer ruckartigen kurzen Beschleunigungsphase nach rechts. Der Sinn dieses Gerätes besteht darin, dass ich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Stange eine Kugel mit einem Loch auflegen kann. Die linke Kugel fällt daraufhin nach unten im freien Fall. Gleichzeitig führt die rechte Kugel die Bewegung des waagerechten Wurfes aus. Der Apparat wird mit einer Wasserwaage genau waagerecht ausgerichtet. Die Kugeln haben jeweils ein Loch, so dass ich sie auf die Stange auflegen kann. Um die Kugeln herum habe ich gelbes Klebeband gewickelt, damit man sie vor dem Hintergrund besser sehen kann. Links und rechts wird jeweils eine Kugel aufgelegt. An dieser Stelle frage ich meine Schüler meistens, welche Kugel wird schneller unten am Boden ankommen? Diese Frage ist natürlich etwas gemein, denn wir sehen, dass beide Kugeln mehr oder weniger gleichzeitig am Boden ankommen. Ich habe das aus verschiedenen Perspektiven gefilmt und auch jeweils eine Zeitlupe eingefügt. Die Kugeln kommen immer fast gleichzeitig am Boden an. Vor der digitalen Tafel sieht man das noch besser. Die Kugeln befinden sich zu jedem Zeitpunkt auf gleicher Höhe. In der Zeitlupe wird das Bild jeweils kurz angehalten, wenn sich die Kugeln gerade auf einer gut sichtbaren Linie befinden. Dadurch kann man ganz gut sehen, dass sich die beiden Kugeln immer zu jedem Zeitpunkt auf gleicher Höhe befinden. Ich schreibe ein paar Worte dazu auf. Der waagerechte Wurf. Wir zeichnen ein Koordinatensystem. Nach oben die SY von T Achse und nach rechts die SX von T Achse. Bei unseren bisher betrachteten Bewegungen bewegte sich der Körper immer nur entlang einer Achse. Beim waagerechten Wurf bewegt sich die Kugel sowohl in X-Richtung als auch in Y-Richtung. An den Ursprung des Koordinatensystems schreibe ich die Werte 0 und 0. Die Bewegung der Kugeln beginnt in der Höhe H. Die Höhe H ist die Anfangshöhe, aus der die Kugel fallen gelassen wird bzw. waagerecht abgeschossen wird. Bei jeweils gleichen Zeitschritten hat die Kugel im ersten Zeitschritt die Fallstrecke ein Kästchen durchlaufen. Nach zwei Zeitschritten hat sie vier Kästchen zurückgelegt als Fallstrecke. Nach drei Zeitschritten hat sie neun Kästchen zurückgelegt und nach vier Zeitschritten 16 Kästchen. Die Positionen markiere ich jeweils mit einem Kreuz. Bevor ich die Bewegung der Kugel beim waagerechten Wurf einzeichnen kann, muss ich noch wissen, wie sich die Kugel in X-Richtung bewegt. Wir wissen schon, dass sie sich in Y-Richtung genauso wie die linke Kugel bewegt, also im freien Fall. Aber wie sieht die Bewegung in X-Richtung aus? Dazu zeige ich euch noch einmal den Wurfapparat und spanne erneut die Feder. Beim Auflegen der Kugel könnt ihr sehen, dass sich die Kugel etwas links von der SY-Achse befindet. Von dieser Position aus bis zur SY-Achse wird die Kugel beschleunigt. Auf dieser kurzen Strecke findet die Beschleunigung statt, die kurze Beschleunigungsphase. Ab der SY-Achse wird die Kugel nicht mehr beschleunigt. Wenn sich die Stange ganz nach rechts bewegt hat, befindet sich die Kugel genau auf der SY-Achse. An dieser Stelle ist der Beschleunigungsvorgang dann vorbei. Bei normaler Geschwindigkeit ist die Bewegung viel zu schnell, als dass wir das hier genau erkennen können, was dort vor sich geht. Deswegen habe ich wieder eine Zeitlupe davon gemacht und außerdem eine Stoppuhr oben rechts eingeblendet. Die Zeit der Stoppuhr ist natürlich genau an die Zeitlupe angepasst. Die Zeitlupe wird an verschiedenen Stellen angehalten, z.B. bei 0,083 Sekunden und 6 Kästchen in x-Richtung. Wir betrachten ja an dieser Stelle nur die x-Richtung. Weitere Zeiten bzw. Wege in x-Richtung wären 0,141 Sekunden und 10 Kästchen, 0,2 Sekunden und 14 Kästchen, 0,258 Sekunden und 18 Kästchen, 0,342 Sekunden und 24 Kästchen sowie 0,4 Sekunden und 28 Kästchen. Diese Werte trage ich in Excel ein. In Spalte A steht die Zeit t in Sekunden und in Spalte B der Weg SX in Kästchen. Die Zeitwerte betragen 0 Sekunden, 0,083 Sekunden, 0,141 Sekunden, 0,258 Sekunden, 0,342 Sekunden und 0,4 Sekunden und die SX-Werte sind 0,6 Kästchen, 10 Kästchen, 14, 18, 24 und 28 Kästchen. Daraus mache ich ein einfaches Punktdiagramm. Achtung, auf der x-Achse steht jetzt die Zeit in Sekunden, auf der y-Achse der Weg SX in Kästchen. Das ist jetzt noch nicht das fertige Diagramm für die Bahnkurve, sondern erstmal nur die Analyse der Bewegung in x-Richtung. Ich nenne das Diagramm waagerechter Wurf x-Richtung. Die x-Achse wird beschriftet mit Zeit t in Sekunden und die y-Achse mit Weg SX in Kästchen. Ihr seht, dass die Werte linear verlaufen. Ich füge noch eine Trendlinie ein. Die Werte liegen sehr nahe an dieser Trendlinie. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass die Kugel beim waagerechten Wurf in x-Richtung eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit ausführt. Diese Bewegungsform hatten wir im ersten Video zur Einführungsphase Physik behandelt. Zurück zu unserer Bahnkurve im SX- und SY-Diagramm. Die beiden Kugeln befinden sich zu gleichen Zeiten immer auf gleicher Höhe SY von T. Wenn die Kugel beim waagerechten Wurf eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit nach rechts ausführt, kann ich bei jedem Zeitschritt das Kreuzchen immer zwei Kästchen weiter rechts setzen. Das erste Kreuz wäre dann also zwei Kästchen rechts von der ersten Position und ein Kästchen tiefer auf der gleichen Höhe wie die Kugel beim freien Fall. Das nächste Kreuz befindet sich bei vier Kästchen in x-Richtung und ebenfalls vier Kästchen nach unten in y-Richtung. Die Kugel hat sich zu diesem Zeitpunkt vier Kästchen nach rechts bewegt und genauso wie die linke Kugel vier Kästchen nach unten. Nach dem dritten Zeitschritt hat sich die Kugel sechs Kästchen nach rechts hin bewegt und neun Kästchen nach unten und nach dem vierten Zeitschritt hat sie sich acht Kästchen nach rechts hin bewegt und 16 Schritte nach unten. Insgesamt ist die Bahnkurve beim waagerechten Wurf eine Parabel. Beide Kugeln landen näherungsweise gleichzeitig auf dem Boden. Die Höhenposition SY von T ist bei beiden Kugeln zu jeder Zeit gleich groß. Der waagerechte Wurf ist demnach eine Bewegungsform, bei der sich zwei Bewegungen überlagern, nämlich die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit nach rechts hin in x-Richtung und die beschleunigte Bewegung der freie Fall in y-Richtung. Beide Kugeln bewegen sich in y-Richtung im freien Fall. Beim waagerechten Wurf bewegt sich die Kugel zusätzlich mit konstanter Geschwindigkeit in x-Richtung. Für den waagerechten Wurf gilt das Superpositionsprinzip. Beim waagerechten Wurf überlagert sich die Bewegung in x-Richtung, Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, mit der Bewegung in y-Richtung, dem freien Fall. Und zwar ohne gegenseitige Beeinflussung. Ich kann beide Bewegungen getrennt betrachten und sie zu einer Gesamtbewegung überlagern. Als nächstes kommen wir zu den Bewegungsgesetzen. In diesem Video betrachte ich nur die Zeitweggesetze, nicht die Zeitgeschwindigkeitsgesetze. Das Bewegungsgesetz für die y-Richtung kennen wir schon aus dem letzten Video zum freien Fall. Es lautet, s y von t ist gleich h minus 1 halb gt Quadrat. Das Gesetz in x-Richtung für Zeit und Weg lautet, s x von t ist gleich v x mal t. Das gilt unter der Voraussetzung, dass s x von t gleich 0 gleich 0 ist. Der Startpunkt liegt bei t gleich 0 und s x gleich 0. V x ist außerdem konstant. In manchen Büchern wird V x auch v 0 genannt, die Anfangsgeschwindigkeit. Aber die Geschwindigkeit ist ja nicht nur zu Anfang in x-Richtung vorhanden, sondern sie bleibt ja konstant während der gesamten Bewegung. Unser Ziel ist es, ein Gesetz für die Bahnkurve herzuleiten, unabhängig von t. Deswegen formen wir das Gesetz für die x-Richtung nach t um. Dann steht dort t ist gleich s x von t geteilt durch V x. Das setzen wir ein in die Gleichung für s y von t. Weil dort t Quadrat steht, müssen wir das natürlich quadrieren. Es ergibt sich, s y von t ist gleich h minus 1 halb mal g mal Klammer auf s x von t geteilt durch V x Klammer zu zum Quadrat. Oder anders ausgedrückt, s y von t ist gleich h minus 1 halb mal g mal s x von t zum Quadrat geteilt durch V x zum Quadrat. Das ist die Gleichung für die Bahnkurve beim waagerechten Wurf. Mit der Bahnkurve meint man die Flugbewegung der Kugel in x-Richtung und y-Richtung. Die Bahnkurve kann man auch Wurfparabel nennen. Warum? Weil h eine konstante Größe ist, genauso wie 1 halb mal g mal 1 durch V x zum Quadrat. Letztendlich steht dort die Gleichung s y von t ist gleich eine Konstante minus eine Konstante mal s x von t zum Quadrat. Und das ist nichts anderes als die Gleichung für eine Parabel. Das Minuszeichen sagt uns, dass die Parabel nach unten geöffnet ist. Blättern wir einmal kurz zurück. Die Bahnkurve des waagerechten Wurfes ist eine Parabel, die nach unten geöffnet ist. Wir gehen noch einmal die Größen durch, die in dieser Gleichung drin stehen, um das besser zu verstehen. s y von t ist die aktuelle Höhenposition der Kugel zur Zeit t, gemessen vom Boden aus. Ganz genau müsste ich sagen, es ist die Strecke vom Boden bis zur aktuellen y-Position. Aber ich nenne das immer die aktuelle Höhenposition, weil man das, wie ich finde, besser verstehen kann. h ist die Anfangshöhe, g ist der Ortsfaktor oder auch Erdbeschleunigung genannt. Das kennen wir ja noch aus dem freien Fallvideo. g ist gleich 9,81 Meter durch Sekunde zum Quadrat. v x ist die Geschwindigkeit der Kugel in x-Richtung. Diese Geschwindigkeit ist konstant. s x von t ist die aktuelle x-Position der Kugel, zur Zeit t, gemessen vom Startpunkt aus. Und unser Startpunkt ist ja s x von t gleich 0 gleich 0. Wichtig bei all dem ist, dass wir den Luftwiderstand vernachlässigt haben. Vielleicht habt ihr euch ja schon gefragt, warum die Geschwindigkeit in x-Richtung konstant sein soll. In Wirklichkeit wird die Kugel natürlich etwas abgebremst durch den Luftwiderstand. Natürlich würde die Kugel auch in y-Richtung abgebremst durch den Luftwiderstand. Eine Ergänzung noch und zwar die Bestimmung der Reichweite beim waagerechten Wurf. Wenn wir eine Kugel aus einer Höhe h abfeuern, möchten wir ja auch wissen, wie weit sie fliegt. Um dafür eine Gleichung zu finden, brauchen wir zunächst einen Ansatz. Der Ansatz ist folgender. Wenn der Körper, zum Beispiel eine Kugel, auf dem Boden landet, ist s y von t gleich 0. Allgemein ist s y von t gleich h minus 1 halb mal g mal s x von t zum Quadrat geteilt durch v x zum Quadrat. Wenn die Kugel auf dem Boden landet, gilt 0 ist gleich h minus 1 halb mal g mal s x von t zum Quadrat geteilt durch v x zum Quadrat. Wir wollen die Reichweite bestimmen, deswegen müssen wir die Gleichung nach s x von t umformen. Dazu addieren wir auf beiden Seiten 1 halb mal g mal s x von t Quadrat geteilt durch v x Quadrat. Dann steht in der nächsten Zeile 1 halb g s x von t zum Quadrat geteilt durch v x Quadrat ist gleich h. Ich multipliziere beide Seiten mit 2, teile beide Seiten durch g und multipliziere mit v x Quadrat. Es ergibt sich s x von t Quadrat ist gleich 2 mal h mal v x Quadrat geteilt durch g. Daraus muss ich noch die Wurzel ziehen. s x von t ist gleich die Wurzel aus 2 mal h mal v x Quadrat geteilt ich habe ein paar Aufgaben für euch eingefügt. Bei der ersten Aufgabe geht es um eine selbstgebaute Flummi-Kanone. Die besteht aus einem waagerechten Metallrohr. Die Flummi-Kanone funktioniert mit Luftdruck. Deswegen seht ihr auf dem Tisch eine Luftpumpe und vorne etwas schlecht zu sehen eine Getränkeflasche in der die Luft gespeichert wird. Man könnte sagen der Drucktank. Oben an dem Metallrohr ist ein Ventil angebracht. Rechts oben befinden sich zwei Lichtschranken. Die Lichtschranken sind mit einem Zeitmesser verbunden. Das ist diese gelbe Kiste unten rechts. Auf dem Display wird später die Zeit angezeigt, die vergeht während der Bewegung von der ersten Lichtschranke zur zweiten. Das hier ist so ein Flummi, eine Gummikugel, die später vorne in das Metallrohr hineingedrückt wird. Das Rohr wird genau waagerecht ausgerichtet. Die Stativstange hat dieselbe Höhe wie das Metallrohr. Mit der Stativstange kann ich die Höhe des Rohres messen. Dazu lasse ich ein Maßband mit einem Gewicht bis zum Boden herunter. Die Höhe, die Anfangshöhe beträgt genau 5 Meter. Darüber hinaus müssen wir noch die Strecke von der Gebäudekante bis zur Rohröffnung messen. Diese Strecke beträgt 1 Meter und 64 Zentimeter. Die beiden Lichtschranken haben den Abstand 20 Zentimeter. Ich schalte den Zeitmesser ein und wähle die Option Start beim Durchlaufen der Lichtschranke A und Stop beim Durchlaufen der Lichtschranke B. Der Flummi wird oben aus dem Fenster hinausgeschossen und wir wollen natürlich die Reichweite bestimmen. Dazu habe ich auf dem Schulhof das Maßband ausgelegt und jeweils Markierungen im Abstand von einem Meter gemacht. Ab der Gebäudekante. Der Flummi wird vorne in das Metallrohr hineingesteckt. Mit der Luftpumpe wird Druck aufgebaut. Beim Betätigen des Ventils fliegt der Flummi vorne hinaus aus dem Rohr. In der Zeitlupe kann man die Bewegung des Flummis einigermaßen gut sehen und außerdem auch die Kondensation der Luftfeuchtigkeit bei dem schnellen Druckabfall. Die Zeit zum Durchlaufen der Lichtschranken beträgt 10,204 Millisekunden. Zurück zu unserem Aufgabenblatt. Die erste Aufgabe lautet wie folgt. Zeichnen Sie die Flugbahn, die Bahnkurve des Flummis, in einem SX-SY-Diagramm mit Schritten von SX gleich einem Meter. H ist gleich fünf Meter. Dazu müsst ihr natürlich noch VX bestimmen. VX ist gleich Delta SX geteilt durch Delta T. Delta SX ist der Abstand der Lichtschranken, ist gleich 20 Zentimeter und Delta T ist gleich 10,204 Millisekunden. An dieser Stelle könnt ihr einmal das Video anhalten und zunächst VX bestimmen und danach am besten mit Excel die Bahnkurve des Flummis zeichnen. Ein Hinweis noch, bei allen Aufgaben wird der Luftwiderstand natürlich vernachlässigt. Die Lösung dazu lautet wie folgt. VX ist gleich 0,2 Meter geteilt durch 0,010204 Sekunden ist gleich 19,60 Meter pro Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit in X-Richtung. Das Diagramm habe ich mit Excel gemacht. Das geht etwas schneller als auf Papier. In Spalte A wird eingetragen SX in Metern. In Spalte B SY in Metern. Ich beginne bei SX gleich 0. Die nächsten Einträge für SX sind immer 1 Meter Schritte bis 20 Meter. Für die Spalte B für SY müssen wir uns kurz zurück erinnern, wie denn die Formel für die Bahnkurve war. Das war SY von T ist gleich H minus 1 halb mal G mal SX von T zum Quadrat geteilt durch VX Quadrat. Demnach müssen wir bei Excel in das zweite Kästchen Eintragen ist gleich 5 minus 0,5 mal 9,81 mal das Kästchen A2 zum Quadrat geteilt durch VX Quadrat. Das waren hier 19,6 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Der erste Wert beträgt natürlich 5 Meter. Da sind wir ja noch in der Höhe 5 Meter am Anfang. Und ihr seht, dass der Wert für SY bei SX gleich 20 Metern negativ wird. Irgendwo zwischen 19 und 20 Metern ist die Kugel, ist der Flummi, dann auf dem Boden gefallen. Die Werte in der Spalte B werden markiert. Ich gehe auf Zellen formatieren, auf Zahl und auf zwei Nachkommastellen. Das soll hier einmal reichen. Genauer als auf einen Zentimeter können wir das eh nicht messen. Danach mache ich aus den Werten für SX und SY ein Diagramm. Einfach ein Punktdiagramm. In dem Punktdiagramm seht ihr die Bahnkurve, die Wurfparabel. Ich nenne das Diagramm waagerechter Wurf, Flummi, Bahnkurve. Die X-Achse wird beschriftet mit SX in Metern und die Y-Achse mit SY in Metern. Ich füge ein Hilfsgitternetz ein, sodass wir Wegschritte in SX-Richtung von einem Meter betrachten können. Und an dieser Stelle macht es vielleicht auch Sinn, den Diagrammtyp noch zu ändern auf ein Punktdiagramm mit verbundenen Punkten, sodass wir den Nulldurchgang besser sehen können. Der liegt irgendwo zwischen 19 und 20 Metern, ungefähr bei 19,8 Metern. Das wäre dann die Reichweite unseres Flummis. Diese Reichweite können wir natürlich auch rechnerisch bestimmen und das wäre genau Aufgabe zwei. Bestimmen Sie die Reichweite rechnerisch. Auch hier könnt ihr wieder auf Stop drücken und einmal selber rechnen. Die Formel für die Berechnung der Reichweite hatte ich im Video schon hergeleitet. Sie lautet SX von T ist gleich die Wurzel aus 2 mal H durch G mal VX. In diesem Fall ist das die Wurzel aus 2 mal 5 Meter geteilt durch 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 19,60 Meter durch Sekunde. Das ist gleich 19,79 Meter. Betrachten wir noch die Einheiten von SX von T. Die eckigen Klammern bedeuten Einheit von. Die Einheit von SX von T ist gleich die Wurzel aus Meter geteilt durch Meter durch Sekunde Quadrat mal Meter durch Sekunde. Wenn ich durch einen Bruch teile, dann multipliziere ich mit dem Kehrbruch. Deswegen folgt die Einheit ist die Wurzel aus Meter mal Sekunde Quadrat durch Meter mal Meter durch Sekunde. Das ist das gleiche wie die Wurzel aus Sekunde Quadrat mal Meter durch Sekunde. Denn das Meter in der Wurzel kürzt sich weg. Das ist wiederum nichts anderes als Sekunde mal Meter durch Sekunde und das ist gleich Meter. Wie weit kommt denn jetzt unser Flummi tatsächlich? Um diese Frage zu beantworten, habe ich eine Kamera auf den Schulhof gestellt. In einer Zeitlupe können wir sehen, dass der Flummi zwischen 17 und 18 Metern auf dem Boden trifft. Etwa bei 17,5 Metern. Aber wir müssen ja noch den Abstand von der Gebäudekante bis zur Flummi-Kanone mit einrechnen. Deswegen ergibt sich für die Gesamtreichweite 17,5 Meter plus 1,64 Meter ist gleich 19,14 Meter. Die praktische Reichweite des Flummi liegt also gar nicht so weit entfernt von der berechneten Reichweite. Aufgabe 3. Berechnen Sie die Flugdauer des Flummi. Das kann man entweder machen mit der Gleichung für Sx von T oder mit der Gleichung für Sy von T. Das könnt ihr an dieser Stelle wieder machen. Einmal das Video anhalten und selber rechnen. Hier kommt die Lösung. Sx von T ist gleich Vx mal T. T ist gleich Sx von T geteilt durch Vx. Ist gleich 19,79 Meter geteilt durch 19,60 Meter durch Sekunde. Ist gleich 1,01 Sekunden. Oder ihr macht das mit dem Gesetz für Sy von T. Sy von T ist gleich H minus 1,5 mal G mal T Quadrat. Sy von T muss beim Auftreffen ja gleich 0 sein. Also gilt 1,5 Gt Quadrat ist gleich H. Das multiplizieren wir mit 2 und teilen durch G. Dann steht dort T Quadrat ist gleich 2 mal H geteilt durch G. Oder T ist gleich die Wurzel aus 2 mal H durch G. Das ist gleich die Wurzel aus 2 mal 5 Meter geteilt durch 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Und das ist natürlich ebenfalls gleich 1,01 Sekunden. Im Video ist das nur schwer zu bestimmen. Da habe ich einmal die Zeit gemessen vom Geräusch, was diese Flummi Kanone beim Starten abgibt bis zum Auftreffen. Nach meiner Messung sind das 1,084 Sekunden. Aufgabe 4. Das ist eine Theorieaufgabe. Dazu gibt es jetzt kein Experiment. Ein Sportschütze schießt mit einer Luftpistole auf ein Ziel in einer Entfernung von 10 Metern. Die Pistole wird dabei genau waagerecht in einer Höhe von 1,5 Metern gehalten. Berechnen Sie die Höhe, in der die Kugel auf das Ziel trifft. Vx ist gleich 150 Meter pro Sekunde. An dieser Stelle wieder das Video anhalten und selber rechnen. Als nächstes folgt die Lösung dazu. Sy von T ist gleich H minus 1,5 mal G mal Sx von T zum Quadrat geteilt durch Vx Quadrat ist gleich 1,5 Meter minus 1,5 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 10 Meter zum Quadrat geteilt durch 150 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Denkt daran, wenn ihr Größen quadriert, solltet ihr sie einklammern, damit sowohl die Zahl als auch die Einheit Quadrat quadriert wird. Wenn ihr das in den Taschenrechner eintippt, erhaltet ihr das Ergebnis ungefähr 1,48 Meter. Das bedeutet, dass die Kugel in einer Höhe von 1,48 Meter auf das Ziel in 10 Meter Entfernung auftrifft. Auf ihrem Weg bis zum Ziel ist die Kugel um 2 Zentimeter nach unten gefallen. Aufgabe 5. Eine andere Luftpistole hat eine Reichweite von 77,42 Meter. Berechnen Sie die Geschwindigkeit der Kugel in x-Richtung. h ist wieder gleich 1,5 Meter. Ja, auch da dürft ihr wieder einmal selber rechnen. Die Lösung dazu ist die folgende. Wenn die Kugel in einer Entfernung von 77,42 Meter auf den Boden trifft, gilt Sy von T ist gleich 0. Sy von T ist allgemein gleich h minus 1,5 mal g mal Sx von T zum Quadrat geteilt durch Vx Quadrat. Hier also 0 ist gleich h minus 1,5 g mal Sx von T Quadrat geteilt durch Vx Quadrat. Ich forme das Ganze wieder um, kürze das hier etwas ab. 1,5 mal g mal Sx von T Quadrat geteilt durch Vx Quadrat ist gleich h. Ich teile durch h und rechne mal Vx Quadrat. Daraus folgt 1,5 mal g mal Sx von T Quadrat geteilt durch h ist gleich Vx Quadrat. Oder umgedreht Vx Quadrat ist gleich 1,5 mal g mal Sx von T Quadrat geteilt durch h. Wir müssen noch die Wurzel daraus ziehen. Vx ist gleich die Wurzel aus 1,5 mal g mal Sx von T Quadrat geteilt durch h. Oder Vx ist gleich die Wurzel aus g geteilt durch 2 h mal Sx von T. Wir setzen die Größen ein. Die Wurzel aus 9,81 m pro Sekunde Quadrat geteilt durch 2 mal 1,5 m mal 77,42 m. Das ist gleich 140 m pro Sekunde. Das wäre die Geschwindigkeit Vx der Kugel. Zum Schluss sehen wir uns noch einmal die Einheiten an. Die Einheit von Vx ist gleich die Wurzel aus m pro Sekunde Quadrat geteilt durch m mal m ist gleich die Wurzel aus 1 durch Sekunde Quadrat mal m und das ist gleich m durch Sekunde. Auch hier passt die Einheit für die Geschwindigkeit. Ja, das war's für den waagerechten Wurf und bis zum nächsten Mal.